Ja moin Leute, es ist Muggel am Start mit einer weiteren Folge zu Years of the Storm und heute habe ich eine Mapguide zu den Geisterminen für euch. Beginnen wir mit der Karte an sich. Es ist eine 2-Lane-Map, besitzt 2 Siege-Camps und 1 Hardcamp. Bei Minute 1, 30 gibt es die Meldung, dass in 30 Sekunden die Minen aufgehen, die ihr die Top- oder Botlane erreichen könnt. Sprich, bei der Minute 2 öffnen sich die Minen zum ersten Mal. Unten kämpft ihr dann um Schädel, insgesamt 100 an der Zahl. Dabei gibt es verschiedene Camps, die ihr machen könnt. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es 6 Camps mit jeweils 4 Monstern, 1 Camp mit 5 Monstern und 1 Camp mit 6 Monstern. Jedes Skelett lässt 2 Schäde fallen und wenn wir ganz kurz rechnen, kommen wir somit auf 70 Schädeln. Die anderen 30 gibt es dann rechts in der Hülle, nämlich beim Golem. Versucht so viele Schäde wie möglich zu erhalten, denn das bestimmt nach dieser Sammelfase, wie stark die Golems beider Teams sein werden. Bei einer Ratio, zum Beispiel von euch, 51 zu den gegnerischen Hälften 49 Schäden, ist euer Golem selbstverständlich stärker und hält automatisch mehr aus. Da es sich anbietet, bereits im Vorfeld die Lane zu pushen, auf der euer Golem später dann auch sein wird, wird häufig die 4 zu 1er Kombination gespielt. Das heißt, 4 Spieler pushen auf der Lane, während einer die XP auf der jeweils anderen Lane sammelt. Läuft zwar nicht so gut in den Minen, versucht die Camps einfach einzunehmen. Vorzugsweise erst das gegnerische Siege und dann das Hearth Camp. Es empfiehlt sich, das eigene Siege Camp dann zu besiegen und zu aktivieren, soweit sich der gegnerische Golem auf Minen Eingangshöhe befindet. Also ungefähr hier. Somit habt ihr eine zusätzliche Damage Quelle, um den gegnerischen Golem zu killen. Auf dieser Map eignen sich vor allem Helden mit einem starken Early Game, zum Beispiel Kerrigan und Helden, die vor allem in den Minen viel AOE Schaden machen können, Tassadar zum Beispiel. Beziehungsweise einfach Helden, die Camps relativ schnell abräumen können. Ultimates, die vor allem in engen Gängen super effektiv sind, sollten hier natürlich auch gewählt werden. Wenn ihr noch weitere Tipps oder Anmerkungen habt, haut das in die Kommentare und hierbei haut doch einfach den Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Stay tuned, das war Smugl und wir sehen uns in der nächsten Episode.